Servus und Grüße zu einer neuen Wochenwettershow vom 3. bis 9. März für die Sport- und Vitalregion Aachensee. Wir befinden uns nun im meteorologischen Frühling. Dieser geht vom 1. März bis zum 31. Mai und natürlich sind die ersten Märztage dem Winter deutlich näher als sonst einer Jahreszeit und das werden wir in dieser Woche auch noch mal spüren. Es wird schneereich und kalt und mit diesem frischen Märzschnee bleiben die Pisten und Läupen bei uns in der Sport- und Vitalregion Aachensee weiter bestens. Und bestens war das Wetter auch in der vergangenen Woche mit strahlend blauem Himmel, viel Schnee und Sonnenschein. Schöner kann es kaum sein. Und Sonnenschein wird uns auch noch der Dienstag bringen. Es wird ein schöner Wintertag mit Plusgraden. Am Mittwoch zieht es dann allerdings zu und es setzen zum Teil kräftige Schneefälle ein. Am Dienstag, wie gesagt, noch Plusgrade bis zu vier Grad in Wiesing. Im Laufe des Mittwochs wird es dann im Schneefall immer kälter. Der Sport- und Vitalpark Aachensee bietet unbegrenztes Langlaufvergnügen und das für alle Schwierigkeitsstufen. Von sanften Einsteigertouren bis hin zur anspruchsvollen Routen durch die einmalige Naturlandschaft. Und hier kommt jeder auf seine Kosten. Vom gemütlichen Genusslaufen bis hin zum ambitionierten Wintersportler. Spaß werden bei unseren Läupen alle haben. Doch wer die richtige Technik beherrscht, laufen dann gleich doppelt so viel Spaß. Mit sechs Langlaufschulen in der Region gelingt der Einstieg sicherlich ganz schnell. Und für die ersten Schritte auf der Läupe, ganz ohne Stress, gibt es am Aachensee eine Übungsläupe. Hier können Sie Überhol- und Bremsmanöver ganz gefahrenlos erlernen. Und mehr oder weniger lautlos kommt der Winter daher. Am Donnerstag und Freitag schneit es weiter. Kräftige Schneefälle erwarten uns am Donnerstag oft noch mit Dauerfrost. Am Freitagnachmittag werden die Temperaturen voraussichtlich ein bisschen auf über 0 Grad steigen. Es ist aber vom Gesamteindruck sehr, sehr winterlich. Auf der Piste der Planberg- und Wiesenlift in Pertissau, da wird es actionreich. Skifahrer und Snowboarder können coole Sprünge auf dem Backjump ausprobieren. Mit Anlauf geht es Richtung Schanze und mit dem Sprung oder nach dem Sprung landen sie ganz weich auf einem riesigen Luftkissen. Und dafür brauchen sie die gültige Liftkarte und natürlich ein bisschen Mut. Und wer seine Sprünge verbessern möchte, wandet, wendet sich an die Skischule Pertissau. Hier gibt es Workshops und was bleibt mir dann übrig, guten Flug zu wünschen. Wir fliegen ins Wochenende und da wird es immer freundlicher. Am Samstag gibt es letzte Schneefälle, vielleicht im Tal sogar mit ein bisschen Regen vermischt. Von Sonntag an setzt sich ein Frühlingshoch oder Vorfrühlingshoch durch und bis Montag haben wir dann strahlenden Sonnenschein. Unten ist es dann milder mit Plusgraden. Auf den Bergen bleibt es noch leicht frostig, aber der Gesamteindruck ist sehr schön. Sie brauchen dann übrigens Sonnencreme. Die Skigebiete Christellum in Aachenkirch, Rofan in Maurach, Zwölberkopf in Pertissau und die Lifte in Steinberg und Wiesing sind gemütlich und bieten absolute Traumabfahrten. Wer schon am Morgen die erste Gondel oder den ersten Lift nimmt, der wird ganz, ganz besonders belohnt. Die frisch präparierten Pisten lassen schöne Schwünge in den Schnee zu und da darf man sie ziehen. Und dann ist ein bisschen mehr los und dann dürfen sie sich verdient in eine Hütte zurückziehen und diese traumhafte Aussicht genießen. Und mit dem Wetter in dieser Woche und dem oft frischen Schnee mit den samtweichen Pisten kommen sie auf ihre Kosten und dann kommt ja noch die Sonne heraus. Kurzum, uns erwartet ein Edelwinterwetter in dieser Woche in der Sport- und Vitalregion Aachensee, die schöner kaum sein kann. Nutzen Sie es aus. Ja. 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 Ja.